Musik Mein Name ist Sibylle Hasse, ich arbeite bei der Firma Ricosta Schuhfabriken in Donau-Eschingen und wir stellen seit über 45 Jahren Kinderschuhe von höchster Qualität her. Ricosta Kinderschuhe werden zum Großteil in Handarbeit hergestellt. Unterstützt von modernsten Produktionsanlagen, gefertigt von hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern. Je nach Modell sind dazu 80 bis 100 Arbeitsschritte nötig. Traditionelles Handwerk und Innovation gehen bei uns Hand in Hand. Unsere Qualitätsansprüche sind hoch. Wir legen Wert auf besten Tragekomfort und erstklassige Verarbeitung. Deshalb steckt in jedem Ricosta Kinderschuh unser ganzes handwerkliches Können und das neueste technische Know-how. Dieselben Qualitätsansprüche haben wir selbstverständlich auch an unserem Maschinenpark. Deshalb haben wir uns für eine Fräsmaschine von VHF entschieden. Hierauf fertigen wir zum Beispiel Schablonen für Steppautomaten, Matrizen und Prägewerkzeuge. Wer Qualität garantieren will, muss auch auf Qualität setzen. VHF ist uns dabei seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner. VHF ist uns dabei seit vielen Jahren ein zuverlässig.